Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der AMA News. Diesmal Bande spielen. Wie nutzt man Bandenwerbung aus, um in die organische Suche zu kommen? Ja, und bevor wir loslegen, natürlich immer die Bitte, Kanal abonnieren und Glocke klicken, damit ihr diese kleinen Highlight-Videos nicht verpasst und darüber informiert werdet. Und natürlich absolut zweckmäßig, gerade wenn es um Produktausrichtungs-Ads geht, wie wir sie gleich haben, ist die Browser-Extension von AMA News natürlich eine absolute Hilfe und spart richtig Zeit. Starten wir mit einem kleinen Rückblick. Ihr erinnert euch, wir waren zu Glitzerlikör oder sind immer noch organisch sehr hoch positioniert, waren auf 1, hatten auch den Choice-Badge und haben das über Produktausrichtungen geschafft. Ihr erinnert euch, da haben wir Videos zu gezeigt und Produktausrichtungs-Ads können halt richtig, richtig viel. Und wir haben das jetzt nochmal gezielter getriggert und versucht und haben dabei noch was ganz anderes festgestellt, dass nämlich nicht nur die organische Sichtbarkeit unter den Keywords entstehen kann bei den Produkten, wo die sich gut verhalten und verkaufen oder Käufersignale und weiteres erzielen, sondern es geht auch noch eine Stufe weiter. Genutzt haben wir die Bande des eigenes Produktes und sind dann mit Produktausrichtungseigenschutzkampagnen draufgegangen. Ein Adventskalender. Ja, ein ganz normales Produkt, ja, und wir haben halt Eigenschutz geschaltet, um die verwandten Produkte zu diesem Artikel vollzusetzen. Natürlich ist das Problem hier, dass es nicht ein Adventskalender auf Adventskalender ist. Ja, haben wir halt nicht mehr, aber wir haben viele, viele Produkte. Und was daraus passiert ist, war dann doch auch sehr, sehr spannend. Hier muss man sagen, aufgrund der Produktvielfalt und Produktdichte sind wir jetzt nicht in die organischen Themen so gut reingestattet wie bei dem Kühlpad. Aber Adventskalender 2021 Schmuck und plötzlich gehörten uns die normalen organischen Platzierungen und das auch überhaupt nicht mit hohen Bits. Das ist hier ganz, ganz wichtig, ja, zu erwähnen, dass man da keine utopischen hohen Bits oder so braucht. Ja, haben wir nochmal ein anderes Beispiel. Adventskalender 2021 Schmuck Frauen. Ihr seht auch unterschiedlichsten Produkte, weil wir natürlich eine gewisse Produktpalette zum Eigenschutz auf das Produkt gesetzt haben. Und das geht natürlich in viele, viele Tiefen rein. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, macht das überhaupt Sinn so? So, das ist natürlich klar, die Leute kommen mit einer Suchintention und sehen dann Schmuckstücke. Das soll jetzt im ersten Moment mal dahingestellt sein, sondern die Funktionalität sollte im Vordergrund stehen. Wir haben hier zwei atypische Produkte, die jetzt nicht in Portfolio-Gedanken gut zusammenpassen. Aber denkt das halt mal einfacher. Denkt das mal mit Pinsel und Farbe und Staffelei und Leinwand. Versteht ihr? Mit einem gezielten Produktausrichtungssetup schafft ihr es, hier im Besonderen über die Relevanzzuweisung der Marke, einen zusätzlichen Boost zu bekommen, der euch weiterbringt in die organischen Sichtbarkeiten des anderen Produktes. Mit gesponserten Anzeigen. Das heißt, wir können hier jetzt einen doppelten Effekt feststellen. Die Produktausrichtung findet auf der Seite statt, erzeugt euch organische Sichtbarkeit, aber gibt euch für Produkte, die nichts mit der eigentlichen Suchphrase zu tun haben, einen Push mit rein auf die spezifischen Keywords. Und das finde ich hochinteressant, dass hier neben Produktausrichtungs-Ads dann die Autokampagnen für die Produkte so einen Drive bekommen und plötzlich im Organischen eine Relevanz mit zugefüttert bekommen, die es so gar nicht gab. Ja, das finde ich ist hoch, hoch interessant. Der Ablauf Eigenschutz über Bande heißt also, ihr nehmt Produkte, die in irgendeiner Art zusammenkaufbar sind oder zusammenpassen können. Wo ihr aber sagt, ich will jetzt nicht den Aufwand betreiben und die Keywords in dem einen noch auf das andere ausrichten und so weiter. Ihr könnt euch vorstellen, beim Adventskalender steht jetzt da nicht extra Text, Armband, Silber und Damenringe und Ohrringe und Kreolen und Halskette und all dieser ganze Hokus-Pokus bis zur Unendlichkeit. Und in den anderen Produkten steht der Adventskalender nicht drin. Das Matching kommt halt durch die Marke und dadurch, dass wir das Produkt explizit noch zusätzlich ausgewählt haben. Dann folgen natürlich mittelfristig Kundeninteraktionen. Ja, also die Leute klicken drauf, gucken sich noch was an, etc., wie auch immer. Und es entwickelt sich eine Relevanz der normalen Artikel zu Suchworten ohne Bezug dank der Bande über den hier Adventskalender beziehungsweise das andere Produkt. Und das ist natürlich richtig spannend. Wir werden jetzt noch in Ruhe prüfen, ob wir auch eine organische Visibilität irgendwo in den Tiefen haben. Die bringt uns hier jetzt natürlich dezidiert nicht zwingend was. Das Adventskalender ist wirklich eine spezifische Suche. Bei dem Kühlpad war es ja so, die Leute, die was zum Einhorn kaufen, die kaufen halt mal ein, zwei, drei verschiedene Dinge und kaufen das dann wirklich Warenkorb zusammengehörig. Hier haben wir halt noch nicht die Zusammenkaufraten. Also wer jetzt einen Douglas Adventskalender kauft oder den anderen Adventskalender, der kauft nicht automatisch noch mehr und mehr und mehr Schmuckstücke. Aber wir konnten zeigen, dass wir die Relevanz und Performance Struktur für die Werbeanzeigen über den normalen Anspruch, dass die Worte hinterlegt sein müssen, etc. aufbauen konnten. Und das möchten wir euch natürlich gerne mitgeben. Ja, denkt darüber nach, findet mal raus, wie ihr das für euch einsetzen könnt. Ich habe ja schon gesagt, Pinsel, Leinwand, Farben und Staffelei kann man vielleicht ein bisschen was bauen, aber auch in vielen, vielen anderen Produktbereichen, wo man einfach eine Position von Produkten mit Ads erzeugen möchte, weil man dort einen Markenzusammenhang hat. Ja, ich kann mir das gut vorstellen in Kleidung. Ich kann mir das sehr gut vorstellen in Consumer Electronics, Lebensmittel und vielen anderen Bereichen. Das soll es gewesen sein. Kanal abonnieren und Glocke klicken, damit ihr diese kleinen Highlight-Videos nicht verpasst. Und natürlich Produktausrichtungs-Ads bei den eigenen Asins einfach. Die habt ihr alle. Aber sobald ihr mal drüber nachdenkt und über Bande beim Wettbewerber spielen wollt, dann sollte man natürlich den Asian Extractor benutzen und vieles mehr. Einen schönen Tag wünsche ich euch.